so Lisa ist geschafft ich habe sie fertig gemacht so da wir ohne ausbau arbeiten sind solche teile ja die sind ziemlich breit da passen unsere teile nicht überall habe ich dann von xpil genommen ja um das auszugleichen und die du mir rauszuholen ja und die arme musste ja etwas länger halten etwas und nicht unwichtig einen geiler rand zu haben randlos der ist jetzt getrocknet werde ich noch schneiden jetzt nur die heck das beschisseneste bei cabrio immer wieder ich bin viel zu groß dafür und eugen hat urlaub so gefüllt 54 grad heiß oder 60 lisa und wir sind fertig mit dem zeug endlich war ziemlich wenig platte aber dafür ist das jetzt richtig schön zudem haben wir noch den chrome teile komplett gemacht hier überall auch hier wenn man aufmacht ist das teil so ziemlich breit sieht man jetzt dahinter natürlich nicht und jetzt sieht das natürlich ganz anders aus oder da freut sich wieder der besitzer